Mörn, Leute, ich hab irgendwie so einen ganz, ganz komischen Gedanken. Nämlich, wie ich ja am besten rauskommen kann. Hab ich so einen ganz komischen Gedanken. Vielleicht klappt's ja. Am besten geht's halt, wenn ich halt am Anfang nicht so rumtrödele, sondern sofort den richtigen Weg fahre. Und hier sind diese Absperrungen, da kommt man nicht durch. Halt mich ein bisschen weg vom Ziel bewegen. Und... Ja. Halt einen kleinen Umweg fahren. Oh nein! Nein! Das gibt's doch nicht, diese scheiß Schranke. Okay, das ist schon mal falsch. Okay. Oh nein, oder? Das ist doch eigentlich zu fassen. Okay. Wow. Was da bitte schön passiert. Was auch immer. Das ist cool. Okay, jetzt. Okay. 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 What the fuck? Scheiße. Äh. Also eins steht fest. Es war ein richtiger Gedanke von mir. Jetzt darf ich mich nur nicht zu blöd anstellen. Direkt. Direkt. Alles richtig machen. Okay. Nächster Versuch. Und hoffentlich ist es jetzt auch der letzte. Auf keinen Fall trödeln. Sofort richtig fahren. Und am besten gegen nichts prallen. Während der Fahrt. Naja okay. Äh. Hab vergessen. Da ist die seine Saftsack. Wie gesagt. Auch immer halt. Das ausnutzen. Und dass die halt. Den Weg. Versperren. Das halt auch immer mal wieder ausnutzen. So. Hier kommt man nicht durch. Da steht der Saftsack. Fack. So. Weiter. Nicht trödeln. Fahren. Fack. Okay. Hier jetzt. Mal weiter. Weiter. Now come on. Hurry up. Oder nennt man dich umsonst. Driver. Driver. I'm a driver. I'm the Mr. Driver. I'm the Mr. Driver. Falsch. Fuck. Fehler von mir. Ganz großer Fehler von mir. Okay. Egal was ich mache. Dieser eine gelbe Typie. Der ist immer da. Kann man nichts gegen machen. Den muss man halt irgendwie. Ähm. Scheiße. Jetzt fällt mir das gerade das Wort nicht ein. Ähm. Ach. Ihr wisst ja was ich meine. Ich fällt halt jetzt gerade das Wort nicht ein. Ja. Come on. Come on. Come on. Come on. Scheiße. Dass einen die Zeit so. Ja. Gegen einen spielt. Das ist. Fuck. 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 Oh. Verschwindet. No one loves you. Where is this look right now? Oh. Verschwindet. No one loves you. Fucking bastards. So. Vorbei an diesen Lastern. Alter. Könnt ihr euch mal verziehen? Was gibt's doch nicht? Ah. Ihr Flachwichser. Jawohl. Ich hab's geschafft. In your face. Mein scharfer Verstand hat mich am Ende doch nicht verlassen. Gut. Du bist entkommen. Und die Schranke geht rauf. Na 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 na. Ihr Nasen. In your face. Fucking bitches. Oh. Na da bin ich nochmal gut weggekommen. Kurze Pause. Dann geht's weiter. See ya guys. Naja. Vielen Dank.